Halbzeit im Holstein-Stadion, ja, Holstein-Kiel, FC St. Pauli 0-1 bislang, aber es gibt ja Gott sei Dank noch eine zweite Halbzeit, da quatschen wir gleich darüber, aber ich habe einen netten Besuch bekommen und zwar vom Vorstand der IKK Nord, Ralf Hermes ist da und unser Geschäftsführer Wolfgang Schwenke und wir wollen heute mal ein bisschen über Gesundheit und Ernährung sprechen und die IKK Nord ist ja seit dem 1.7.2018 Partner von Holstein-Kiel, warum? Das ist doch mal die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, wir wollen Gesundheit und Sport verbinden und wir sind sehr stolz, dass wir bei dem Traditionsverein Holstein-Kiel dann auch Gesundheitspartner geworden sind und wir haben einiges vor hier und wollen einiges bewegen. Da will ich mal letztendlich die Geschäftsführer fragen, Wolfgang Schwenke, wie bringt sich die IKK Nord denn ein? Ja, ich finde es wunderbar, die haben ein eigenes Programm aufgelegt mit der IKK macht Holstein fit und das finde ich natürlich großartig, wenn wir beide zusammen versuchen, eben ein gutes Produkt für unsere Holstein-Fans zu machen und da haben wir mit der IKK einen super Partner an Bord. Und Ralf Hermes hat auch ein kleines Baby mitgebracht, das hat er links in seiner Hand, nämlich das, was ihr bislang auch als Projekt auf den Weg gebracht habt. Was genau ist das? Das ist die Holstein Kiel Gesundheitskarte, die ist jetzt ganz neu und die kann also heute hier auch abgeschlossen werden, hier vor dem Stadion und es gibt zusätzlich auch noch 50 Fanschals und auch noch zwei VIP-Karten für die nächste Saison. Ja, lohnt sich. Lohnt sich, würde ich sagen. Gesund bleiben lohnt sich immer und bist du denn auch zufrieden mit der Partnerschaft, Wolle? Also ich meine, man weiß ja, wenn man dich kennt, du bist immer sehr umarmend und alle gehören natürlich dazu, aber die IKK Nord als Gesundheitspartner ist ja auch schon eine Auszeichnung. Absolut. Hier ist es nicht nur eine körperliche Umarmung, sondern ich glaube, wir haben versucht, zusammen ein tolles Produkt zu entwickeln und das ist eine echte gelebte Partnerschaft, weil von der IKK auch ganz viele Anforderungen an uns kommen und wir den Ball eigentlich wunderbar hin und her spielen und so stelle ich mir Partnerschaften vor. Und jetzt wollen wir gucken, ob unser Partner, die IKK Nord, auch Ahnung vom Fußball hat. Herr Hermes, jetzt müssen wir nämlich nochmal das Spiel aufarbeiten. Elfmeter, erste Halbzeit. Pauli führt 1-0. Wie geht denn das Spiel nach 90 Minuten aus? Sonst sagen sie jetzt nichts Falsches. 2-1 für Holstein. Ja, da bleibe ich gesund. Wolle, was sagst du? Das Ergebnis würde ich auch nehmen. Wir haben erste Halbzeit schon ein paar Möglichkeiten gehabt. Jetzt treffen wir auch mal das Tor, auch wenn wir ein weniger sind, aber wir sind viel mehr Zuschauer hier. Alle sind gefordert, die Mannschaft nach vorne zu peitschen und dann wird ein gutes Ende. Also, dann nehmen wir euch beim Wort und ihr kümmert euch bitte um die Gesundheitskarte der IKK Nord im Verband mit Holstein Kiel. Dann haben wir alle was davon. Vielen Dank, Herr Hermes. Vielen Dank, Wolle. Wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit und jetzt gebe ich gleich nochmal abschnell zu Jens. Der verrät uns nämlich, wie es auf den anderen Plätzen steht. Jens, bitte.